Hallo, hier ist der Martin von Mann im Bankies, das ist die DAX-Analyse für Montag, den 11.05.2020. Ich versuche mich mal heute ein bisschen kurz zu fassen, ich bin echt brutal spät dran, damit es nicht ganz so spät hier noch rauskommt, das Video. Unser DAX hat zum Freitag einen recht potenten Eindruck gemacht, hat einen kräftigen Start hingelegt, ist dann, naja, wie wollen wir sagen, nicht so richtig in den zweiten Gang reingekommen, ein bisschen auf der Stelle gescharrt und tatsächlich erst nach dem 22 Uhr-Kloss dann wieder los. Zu Trading-Seite ist natürlich, also dämlicher kann es eigentlich nicht laufen. Richtiges Gap nach oben, fast 150 Punkte, dann innerhalb von der 50 Punkte-Range den ganzen Tag zur Seite und kaum geht die Glocke zu, 22 Uhr Schluss, Ballatzen hoch, ich glaube auf 10, 9, 96 war man an der Spitze, nachbürstlich dann noch. Also sowas macht er, also dieses nachbürstliche Ansteigen muss man ein bisschen aufpassen im DAX. Wenn er über den Tag ansteigt, das ist immer nicht so kritisch, aber wenn er nachbürstlich, also nach 22 Uhr noch in diesen außerbürstlichen Indikationen so nach oben bollert und sogar noch in den letzten Minuten sich wirklich ans Tageshoch legt, auch vor 22 Uhr muss man immer aufpassen ein bisschen, weil der oft mit richtig großen Gaps dann reinkommt. Also egal, was sie sich angucken, sei das Trump, sei das die Griechenland-Gaps, sei das Brexit, sei das irgendwas, ist immer wieder das Gleiche gewesen. Deutlich nach oben schieben, dann vor 22 Uhr wirklich an den Tagesschluss oben ran, sodass da wirklich keiner irgendwie noch Bock hat, was Neues reinzulegen, dann nach 22 Uhr alles raushauen, was rauszuhauen geht und dann richtig kräftig abwärtsgeben. Allerdings ist das dann tatsächlich immer mit News auch untersetzt. Also es kommen dann immer Ereignisse, die bedingen, dass eine extrem schwache Eröffnung zum Montag erfolgt. Stand jetzt sind wir jetzt außerbürstlich rausgegangen oder nachbürstlich noch rausgegangen um die 10.996 rum, notieren auf den Wochenendindikationen auf jeden Fall zumindest über 10.950, deswegen müssen wir erstmal unterstellen, dass er noch im oberen Fenster drin ist, in der oberen Route auch drin ist und hier weiterläuft. Spricht jetzt noch nichts dafür, ich weiß jetzt nicht, ob in der Nacht noch was passiert, irgendwo eine News kommt. Wie gesagt, das würde passen, wenn der DAX dann sogar auch unter dem Tag eröffnet, also unter dem Freitag. Aber das muss halt auch echt kommen, weil kommt das nicht, läuft der weiter. Denken Sie daran, was wir gestern gesagt haben, der kann hier gut nach unten drehen, aber wenn der über die, woran haben wir uns festgemacht, über die 10.850 geht, 10.820, 10.850, das war glaube ich unsere Unterstützung. Und da haben wir gesagt, wenn der drüber geht, stellen Sie sich darauf ein, dass der durchdrückt, dass der laufen kann, dass der sie kalt machen kann und sie nicht rauslässt aus Schwarz, die sie am Vormittag reingelegt haben. Dass er ihnen einfach die Möglichkeit nicht gibt, weil er zum Beispiel Gap-Close nicht macht und so weiter. Und in dem Setup ist er letztendlich drin. Das heißt, zum Montag können wir ihm noch Platz geben. Auf der Oberseite, wenn jetzt nicht dramatisch doch das Gap kommt, was echt typisch wäre, also was passen würde, dann würde ich daher sagen, wir rechnen jetzt hier mal noch weiter mit 10.100. Und darüber müsste man dann tatsächlich auch schon mit einem Erreichen von 10.300 und mehr rechnen. Hier oben unsere wichtigen Linien, die 10.430, die 10.480, die 11.430, 11.024, die 11.200, die haben wir durch, das ist fertig. Hier hatten wir ja am Vorabend gesagt, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn er sich per Stunde schluss drunter legt, kann er gut weg reagieren. Das ist durch, die Reaktion haben wir gesehen, die war hier recht ausziebig, da hätte eine zweite Welle auch noch kommen können, sieht jetzt momentan nicht mehr so danach aus. Sollte der trotzdem per Abwärtsgap reinkommen, oder zumindest sehr schwach rein starten, vielleicht auch direkt runterziehen und unter den Freitag fallen, so 10.820, muss man schon einplanen, dass die trotzdem kommen kann. Also das ist noch nicht vom Tisch, das ist erst vom Tisch, wenn er oben das hoch rausnimmt, das ist das Gemeine an diesen Bewegungen. Sie lassen noch relativ lang Short-Fantasien zu, und der Dax nutzt das oft aus und läuft dann einfach durch, bis wirklich keiner mehr Short will. Die Frage, die kam, warten Sie mal, viel besser, ich kann Ihnen das sogar zeigen. Ich kann Ihnen das sogar zeigen. Ach, ich bin ein Trottel, ich habe es am Freitag gelöscht, weil ich es eigentlich schon in der Donnerstagsanalyse zeigen wollte und habe es vergessen. Ich wollte Ihnen was zeigen, das hat einer bei uns im Chat geschrieben, ich kriege es, glaube ich, verbal noch so ungefähr hin. Ich versuche mal zu zitieren. Ich glaube, so langsam, dass wir gar kein Tief mehr unter 8.000 sehen werden, dass die zweite Welle gar nicht mehr kommt und der Dax sich einfach weiter nach oben schiebt. So ungefähr sinngemäß war das tatsächlich eine Erkenntnis, die jemand einfach so spontan getroffen hatte. Und es haben viele, 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 viele immer wieder gefragt, hey Martin, was, was denn nun mit dem Dax? Fällt er nun noch? Fällt er nun nicht? Fällt er nun nicht? Fällt er doch? Fällt er Wien? Was denn nun? Wir haben eigentlich relativ klar im Tagesschart auch uns schon seit Wochen darauf vorbereitet. Also auch wenn Sie rückwirkend nochmal die Videos angucken, was wir hier gesagt haben, ne, an der 8.000 und so weiter und so fort. Auch auf diesen Sentiment-Shrink, den wir hingedeutet haben, wo wir gesagt haben, hey, die Leute sind plötzlich alle negativ, die wollen jetzt alle short. Das ist wie beim WTI genau das Gleiche. Auch da haben wir im Video gesagt, hey, guckt ihr euch im WTI mal, guckt da auch ein bisschen drauf, da ändern sich die Leute gerade. Die haben die ganze Zeit long gegen gehalten und auf einmal wollen die short. Bei 10, 12 Dollar wollten die Leute short im WTI. Plötzlich bei 10 und 12 Dollar hat kein Schwein was von einem Short gepostet, als er bei 41 war, bei 35, bei 30, bei 25. Plötzlich kein Schwein hat was von einem Short gepostet. Aber als er bei 10, 12 war, wollten plötzlich alle short in den WTI rein. Nun, das sind immer so Punkte, wo ich sage, das ist einfach dann, wenn sowas häufig auftritt und vermehrt dann auftritt, in gewissem Maßen auch kontraintegrativ halt. Das ist nicht, weil die Leute schlecht sind oder weil die doof sind oder weil die irgendwas nicht mitbekommen haben. Das ist so, funktioniert der Markt letztendlich. Der Markt funktioniert nur so, damit das Geld von vielen auf wenige umverteilt wird. Und das funktioniert nur, indem man Instinkte anspricht, durch Bewegung, durch Nachrichten, dass man bestimmte Handlungsweisen in die Köpfe zwingt und die Leute quasi, vielleicht sogar, wenn sie anders denken, trotzdem zu dem bestimmten Handeln zu zwingen, damit die wenigen sich das Geld dann eben holen können. Das ist Börse, das ist der Markt. So funktioniert der Förder gemacht, um das Geld von der Masse noch ein bisschen umzuteilen, eben auf die Vermögen der Rennen. Leute, die sich das und dann eben leisten können, entsprechende Algos oder hochgradig ausgebildete Trader zu beschäftigen mit viel Erfahrung und so weiter und so fort. Aber gut, jetzt bin ich abgekommen vom Thema. Was haben wir hier unten gesagt? Hier unten haben wir gesagt, die Leute fangen jetzt hier alle an, plötzlich shorten zu wollen. Sie sind jetzt hier plötzlich überzeugt, dass er hier richtig weit fallen kann und dass er vor allen Dingen noch viel weiter fallen wird. Dass er unter die 8.000 fällt, dass er noch bis 5.000 fällt. Und haben gesagt, wir gehen eigentlich jetzt erstmal davon aus, oder ich persönlich gehe davon aus, dass wir bis Mitte Juni durchaus eine Erholung sehen werden können. Dass der Markt einfach jetzt 1, 2, 3 Monate durch ist, bis dieses ganze Corona-Thema auch wieder aus den Köpfen ist, bis wieder Zuversicht reinkommt. Dann wird er an irgendeiner Stelle einfach ewig zur Seite lang kangeln, sodass die Leute gar keine Lust mehr haben zu shorten, weil sie einfach damit auch nicht glücklich wären, keinen Erfolg haben. Wir haben uns dabei angeguckt, einen typischen Crash-Verlauf 2000, Sie erinnern sich bestimmt, einen typischen Crash-Verlauf 2000, wir haben uns angeguckt, wie lief denn das 2007 und so weiter und so fort. Haben immer wieder geguckt und haben gesagt, in der Regel fällt der Markt unerwartet. Sieht keiner kommen. Ab einem gewissen Punkt realisieren die Leute, Mensch, das ist aber schon krass gefallen. Dann steigen Sie ein, wollen Shorts, was passiert? Der Markt läuft zurück. Und der Markt läuft so lange zurück, dass schon fast gar keiner mehr an Shorts glaubt. Und alle, die hier, weil hier hat noch keiner, hier war sich noch keiner sicher, dass der Markt tolle fällt. Das ging erst frühestens, ich sag mal, hier los. Da waren sich die Leute vielleicht safe, dass es fällt. Und ab hier haben sie verkauft. Also wirklich die Privaten. Die, die emotional getrieben werden. Oder vor sich her getrieben. So. Das ist, das ist soweit die, ähm... Jetzt hatte ich kurz den Faden vorliegen, sorry. Die bimmelt hier die ganze Zeit. Ich mach's gleich aus. Die, ähm... Hier sind viele Shorts reingegangen. Haben uns das angeguckt. Das ist wirklich live am Verlauf von 2000, 2000 links. 2001, 2002. Wie verläuft es und tatsächlich ein Crash. So, und dann kam der Markt irgendwann runter. Und ist aber nicht losgezogen. Nein, der ist wieder hoch. Die Leute gequält. Die, die Shorts rein wollten. Sodass die wirklich gar keinen Bock mehr hatten. Ausgestiegen sind. Ausgestoppt worden sind. So, dann ist er irgendwann seitwärts. Hat sich hier ein bisschen eingetrudelt. Ist irgendwie komisch angefallen. Korrektiv. Sodass keiner mitwollte. Und hinten raus. Dann immer wieder angefallen. Und ab hier fangen dann die Leute wieder an Shorts aufzubauen. Was kommt? Es kommt erst mal wieder ein Rücklauf. Haut die alle raus. Ähm... Wie läuft es weiter? Kippt dann weg. Kippt dann weg. Rutscht runter. Macht einen neuen Stief. Ähm... Wenn die Leute immer noch schon wieder Shorts überzeugt sind. Die, die jetzt hier alle long wieder rein sind oder rausgeschubst worden. Haut man wieder raus. Kommt wieder ein Rücklauf. Der Markt geht vielleicht sogar über das Hoch hinaus. Jetzt kommen schon die ersten mit Trendwechsel. Umkehrformationen und so weiter. Was macht der Markt? Kippt das wieder um. Ich... 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 Ich glaube ich bin gar nicht mehr im Bild. Kippt um. Läuft wieder runter. Läuft weiter runter. Immer weiter runter. Und so ist ungefähr der 2000er Crash verlaufen. Also alle Crashs sind eigentlich so ähnlich verlaufen. Ja. Immer wieder starke Rücksetzer. Und deswegen haben wir gesagt. Wir gehen schon davon aus. Dass der DAX sich deutlich erholt. Dass er bis zu einem gewissen Grad sich erholt. Dass die Masse gedreht wird. Durch eine Seitwärtsphase. Durch positive Nachrichten. Vielleicht kriegt man auch Corona jetzt in den Griff. Einen Heilmittel. Einen Wirkstoff. Und so weiter. Und dann fällt der Markt erst wieder. Das war unsere Erwartung. Die ganze Zeit. Ne. Wo war das Tief? Das Tief war hier. Da gab es keine Einschränkung. Weder in Deutschland. Noch in Italien. Noch in irgendeinem Land. Noch in den USA. Es gab hier keine Einschränkung. Ne. Das kam alles hinterher erst. Das ging alles hier erst los. Ne. Das sind die paar Tage gewesen. Wo das langsam losging. Und da haben wir das Tief schon gesehen gehabt. Das heißt ab dem Zeitpunkt hatten wir glaube ich in Deutschland 1.100 Infizierte. Momentan sind es. Ich habe lange nicht mal auf die Tage geguckt. 130, 150. Ich weiß es nicht. Das heißt hier sind die ganzen schlechten Nachrichten jetzt gekommen. Die sind alle in den letzten Wochen gekommen. Die hohen Arbeitslosenzahlen. Die viel angesprochene Kurzarbeiter und so weiter. Und der Markt ist gestiegen. Und das muss man sich echt immer mal wieder ein bisschen vor Augen halten auch. Weil viele immer sagen, der Markt ist so gefallen wegen Corona. Also die richtigen Auswirkungen. Die sind tatsächlich erst hier unten präsent geworden. Auch diese Ausgangsbeschränkungen und so weiter. Das kam alles erst hier hinten. Und da hatten wir das Tief schon gesetzt. Und deswegen war immer wieder die Erwartungshaltung. Wir laufen hoch. Wir gehen höher. Stoßen so lange raus. Bis wirklich der letzte schreit. Das Allzeithoch kommt. Und dann kippt der Markt. Sie können sich jetzt darauf vorbereiten, wie sie wollen. Und sie werden in dem Moment auch nicht mehr dran glauben. Und sie werden von mir, wahrscheinlich müssen sie auch warten. Bis ich den ersten Pfeil nach oben zeichne hier an Tageschart. Und dann sind die Momente, wo der Markt kippt. Wenn er die nämlich antriggert und das Signal nicht verwandelt, das Kaufsignal nicht verwandelt. Dann überrascht er die Leute. Die sind jetzt long eingestiegen. Die sind jetzt scharf. Die wollen jetzt long. Obwohl sie vorher eigentlich short wollten, sind sie jetzt long im Markt. Und das ist genau das, worauf es dem Markt eigentlich ankommt. Dann hat er die Leute in eine Position reingenötigt, in die er sie reingezwungen hat. Durch emotionales Vorgaukeln von Sachen. Keine Ahnung. Und deswegen bin ich immer noch der Überzeugung, wir kippen erst wieder weg. Wenn wirklich der Letzte das abgeschlossen hat, dass wir noch neue Tiefs kriegen. Und das kann im Zweifel sogar auch sein. Das haben wir auch die letzten Mal immer wieder gesagt. Dass wir gar nicht in meiner Zone hier bleiben, sondern noch höher müssen. Dass wir vielleicht auf eine 11.800 noch müssen. Vielleicht über eine 200-Tage-Linie wieder drüber. Über eine 12.160. Sogar vielleicht an die 12.800 von unten dran. Da sind wir ja die letzten Male immer wieder hier so scharf unten angestoßen. Das sind durchaus realistische Punkte und erreichbare Ziele noch auf der Oberseite. Dass er lange der DAX durchzieht. Das muss man im Charme haben, sag ich. Auf dem Radar haben. Ich weiß nicht, wie ich auf Charme komme. Keine Ahnung. Kann ich Ihnen nicht erklären. Muss man auf dem Radar. Am Schirm wollte ich sagen. Genau. Schirm und Radar und da ist Charme draus geworden. Auf dem Schirm haben muss man das. Dass er durchaus hier auch noch ein bisschen höher geht. Das heißt, in dem Moment, wo der Markt auftritt, wo er sich hochdrückt, wo er Stärke zeigt. Stark auf sich selber aufpassen. Nicht hinstellen und sagen, die Nachrichten sind schlecht. Ich habe jetzt die letzten zwei Tage auch schon wieder richtig krass. Also ich habe da wirklich Leute, die schreiben mir den ganzen Tag. Oh, ich habe Short aufgebaut. Und ich baue noch mehr Short. Und ich baue noch mehr Short. Und ich baue noch mehr Short. Das sind ein paar, die das schreiben. Die dann immer wieder sagen, die Nachrichten sind doch total schlecht. Guck dir die Arbeitslosenzaten an. Das ist doch alles gefaked. Das ist doch alles nicht echt. Das ist emotionale Interpretation der Situation. Wenn wir sagen, wir machen Chart und wir analysieren neutral, müssen wir sagen, er steigt. Das ist ihm scheißegal, wie die Nachrichten sind. So, und unsere Aufgabe als Trader ist es, da mitzugehen. Sonst verdienen wir kein Geld. Wenn wir uns gegen den Markt stehen, verdienen wir kein Geld. Wir müssen mit dem Markt gehen. Und deswegen ist es wichtig, darauf zu achten, wie der läuft. Und ich kann das immer nur wieder betonen, immer wieder. Weil ich immer wieder auch auf die gleichen Fehler und Probleme stoße. Und die gleichen Denkweisen, die gleichen Handelsmuster, die in die Leute reinverfallen. Die reden sich dann, das ist zu shortisch. Obwohl der Markt steigt. Und dann ist das gefaked. Und dann ist das nicht echt. Und nur irgendwie eine Vorkaukelei. Und dann gehen es halt mit. Machen sie sich doch den Stress nicht. Ja, also, sie müssen sich mit dem DAX nicht auseinandersetzen. Nicht duellieren. Das können sie nicht gewinnen. Einfach. Das können sie nicht gewinnen. Sie werden einmal auch recht haben. Vielleicht auch zweimal. Aber der wird immer einmal mehr recht haben. Der steht immer am Ende da und sagt einmal mehr als du. Egal, was ich sage. Der sagt immer einmal mehr als du. Von daher. Gut, das erstmal noch so aus moralischer Sicht. Ansonsten, ähm. Wir haben jetzt wieder ein sehr starkes Signal nach oben. Persönlich würde ich sogar. Deswegen den Montag auf der Unterseite nicht ganz außer Acht lassen. Das dürfte relativ eindeutig jetzt positive Stimmung verschaffen. Haben unten allerdings auch einige interessante Gaps, die man schließen kann. Das muss nicht immer unbedingt das hier unten sein. Würde, glaube ich, schon reichen, wenn er eins von denen zumacht. 10,7. 30, 10, 7, 20. Sollte man aufpassen. Also Montag. Montag ist dann oft ein bisschen dahingehend gemeint. Die täuschen nach oben an und ziehen dann nach unten durch. Das zeigt sich meist so. Zwischen 9 und 10. Und wenn der nach 10 noch weiter nach oben treibt, dann ist es oft echt. Also dann ist es ein tatsächlicher Ausbruch. Weil dann setzt du dieses Trendverhalten ein. Was so nach diesen Eröffnungen durch ist. Und wenn er aber nach unten treibt, rechnen Sie damit, dass der Skepto macht. Wird er passen. Also wäre ein Dax zuzutrauen. Sowas macht er gern. Dass er dann am Montag einfach, also am Freitag vortäuscht. Falsche Tatsachen. Montag dann runterzieht. Kein Schwein mehr drin ist. Alle rausgestopft wurden zum Freitag. Alle rausgenötigt wurden. Kurz nach oben antäuschen. Montag und ab. Das würde passen. Sollte man auf dem Schirm haben. Sollte man aber auch mindestens mal abwarten, dass er wieder unter der 10, 900 ist. Woher braucht man sich, glaube ich, nicht verkämpfen. Nicht jetzt, wenn der Dax hochgeht und dann 11 Uhr Short reinhauen, 12 Uhr Short reinhauen, 13 Uhr Short reinhauen. Nur weil der Martin gesagt hat, er macht ganz gerne, dass er unten. Nein, der Martin hat jetzt ganz klar gesagt, wenn der Dax schwach rein startet. Also sich so auch kurz nach dem Chetra oben eher nach unten orientiert. Dann kann der Bewegung machen. Undeutlich, das kann er. Ich möchte sogar nicht mal ausschließen, dass das auch bis Dienstag hier auf die 10, 5, 30 runtergehen kann. Es ist jetzt zwar eine unordentliche Bastion, aber das ist, das wäre ihm zuzutrauen. Der hat jetzt gut nach oben die Köpfe gedreht, hat einige Shorts wirklich mundtot gemacht. Wirklich. Also, da wird sich keiner trauen, jetzt zum Montag von Short zu reden. Und dann achten Sie auf die Gruppen. Wenn da einer schreibt, ich gehe jetzt Short und 5 Leute gehen auf den los und sagen, ich werde jetzt hier nicht Short. Und bist du verrückt? Bist du bekloppt? Dann ist das ein gutes Signal, mal aufzupassen. Und wenn dann eine rote Umkehrkerze kommt, können Sie probieren. Gehen Sie mit. Ist natürlich keine Empfehlung. Ich darf Ihnen nicht sagen, was Sie handeln sollen. Ich würde es machen. Was Sie machen, können Sie selber entscheiden. Und müssen Sie auch. Ich bin ja kein Anlageberater. Aber das wäre so meine Erwartungshaltung. Also, wenn er nach unten abkippt, ist das tiefinteressant. Hier die 10, 8, 15 und eben der Bereich um 10, 37 als auch sogar hier unten 10, 45 oder was das ist. Schluss, Hammer. Kriegen wir ganz genau hin. 45, sogar 10, 5, 45. Zeigt es sich aber stabil. Bleibt ruhig. Drückt hoch. Nicht dagegenstellen. Also, nicht gedanklich dagegenstellen. Wäre meine persönliche Empfehlung für mich. So würde ich rangehen. Nicht dagegenstellen. Wir gehen Sie halt mit. Oder ich würde mitgehen. Oberhalb von 10, 900. Wenn der weiter schiebt. Wenn der weiter drückt. Wenn der bei 10,000 eröffnet. Und dann steigt weiter. Dann geht er halt bis 11,100. Dann geht er auch bis 11,200. Bis 11,300. Und vielleicht auch sogar bis 11,400. Ist ja alles möglich. Von daher, hier ein bisschen öffnen. Und lassen Sie mir den zum Montag auf der Unterseite nicht ganz unbeobachtet. Aber bitte, das nicht zweckentfremden, was ich Ihnen hier sage. Wenn der Schwäche zeigt. Ich weiß, wenn und dann ist Scheiße für Analysen. Es kommt immer so rüber, wie als reden wir uns das dann zurecht, was kommt. Aber es ist halt einfach mal wichtig. Tut mir leid. Das kann man nicht anders sagen. Wenn der Schwäche zeigt. Dann sind die unteren Ziele möglich. Wenn er aber keine zeigt. Haben wir charttechnisch auch keinen Grund. Uns irgendwie dann dagegen zu stellen. Weil hier sind keine Widerstände mehr. Ist nicht. Die 11,100. Ja. Letztendlich sogar eine schwache. Schwache Dings. Wenn ich hier so reingucke. Ich würde so die 11,60 mal 11. Ja. 11,45 bis 11,60. Die ist interessant. Die ist, glaube ich, wahrscheinlich sogar die interessanteste Marke oben. Aber die gibt uns trotzdem nicht Grund, uns da volle Hütte dagegen zu stellen. Also es ist bestimmt vielleicht sogar eine schöne Shortmarke. Aber da sollte man auch wissen, was man macht. Nicht den ganzen Tag gegen Trend handeln. Also gut. Dann haben wir das durch. Dann. Tagesschart. Haben wir geguckt. Der zeigt. Der ist deutlich nach oben aufgedreht. Zeigt nach oben. Der braucht weiterhin unter 10,440. Sonst breckt da auch nichts an. Brennt da auch nichts an. Kann da weiter steigen. Da wieder in die Zone rein. Letztendlich genau das machen, was wir reingemalt haben. Und. Ja. So lange, bis keiner mehr Lust hat zu shorten. Das ist das Ziel. Darauf muss ich hinaus. Und vor allen Dingen auch so. So, dass in dem Moment, wo er dann fällt, nicht wieder alle gleich Short reinspringen. Aktuell ist es ja so. Der kippt kurz runter und den erwirken alle. Sofort sind alle da mit Shorts. Na klar. Dann geht er wieder nach oben und stoppt die alle aus. Würde ich auch machen, wenn ich der Dax wäre. Das ist ja einfaches Geld. Na. Für den zu holen. So. Und in dem Moment, wo dann alle aufhören. Na ja. Sich hier mit Hebelprodukten einzudecken, wenn er fällt. Weil sie zum Beispiel glauben, dass er nach oben durchgeht. Weil sie gar nicht mehr glauben, dass er nach unten kommt. Das sind die Momente, wo er durchgeht. Hier unten hat kein Schwein gedacht, dass der so weit fällt. Niemand hat damit gerechnet, dass der auf 8.000 fällt. Kein Schwein hat damit gerechnet. Alle gesagt, es ist nur eine Krippe. Wir haben hier an dem Tag, ich erinnere mich noch, dieses Video gemacht mit diesem Mädchen, was hier an den Fingernägeln knabbert. Haben gesagt, wir müssen ein bisschen aufpassen. Das könnte übel werden. Und mit übel haben wir gemeint, einmal hier unten kurz rein und wieder zurück. Nicht das. Haben wir auch so nicht gesehen. Haben dann zwar immer wieder gesagt, Vorsicht und trennseitig nach unten. Übertreibung, auch hier mit Riss von der 12.800, keiner bis 12.000 und so weiter und so fort. Trotzdem, das hat keiner so kommen sehen. Und es haben sich ganz wenige auch tatsächlich hier richtig short dran bereichern können. Das war nicht so. In dem Sinne, so war keiner vorbereitet auf das. Und das muss es hinkriegen, dass es so kommt. Wenn das nicht kommt, läuft es bis hoch. Komplett. Die ganze Zeit alle immer nur short eindecken. Das macht er bis 13.800 hoch. Und dann lacht er sich ins Hemd. Lacht er sich aus. Dann sagt er, wo handelt er denn gegen den Markt? Ich habe doch gezeigt, dass ich nach oben will. Also, da möchte ich ein bisschen aufpassen. Sie nicht gegen sich stellen. Das fällt mir immer wieder auf. Also, bei manchen gebe ich mir Mühe, aber irgendwann muss ich auch damit aufhören. Also, wenn ich merke, jemand reagiert auch überhaupt nicht darauf, dass ich immer wieder das Gleiche sage, und er immer die gleichen Fehler macht, tut mir leid. Also, irgendwann mehr wie sagen kann ich es nicht. Mehr wie versuchen zu helfen kann ich nicht. Aber ich kann ihm nicht die Tastatur in der Hand wegziehen. Zumindest nicht auf die Art und Weise. Also, ich kann immer nur ermahnen, mitgehen. Versuchen ein bisschen mit der Bewegung zu denken. Ich denke, das hilft ganz gut. Und ich würde zum Montag unten noch nicht abschließen. Ich könnte mir das gut vorstellen. Aber wenn er sich stabil zeigt, stark zeigt, würde ich mir auch einen Long vorstellen können. Hier wieder oben in die Zone rein. Ja, vielleicht sogar über das Hoch. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er über das Hoch geht. Müsste er eigentlich sogar auch machen dann. Also, wenn er jetzt zum Montag oben durchdrückt und auch nach 10 nach oben arbeitet. Also, ich glaube, da liegen jetzt so relativ viele Stops. Alle, die nach der Kerze rein sind, die haben ihren Stopp über der Kerze. Und das ist einfach so. Das heißt, Futter. Futter für einen Nax. So. Jetzt können Sie überlegen, was würden Sie machen, wenn Sie Dax wären. Und ich denke, wenn Sie so denken, sich einfach versuchen reinzuversetzen und sich einfach mal vorstellen, der ist ein Tier. Es gibt immer Leute, die beschimpfen mich sogar dafür. Da sagen, der Dax ist doch kein Lebewesen. Wie kann man denn das so machen? Da besteht daraus Einzelwerten, Institute handeln das. Kann jeder sehen, wie er will. Aber wenn Sie so denken, sind Sie auf der Opferseite. Opferseite. Wenn Sie sich vorstellen, der ist ein Tier und sich versuchen, hineinzuversetzen. Wie würdest du das machen? Wo würdest du die Leute jagen? Wie würdest du das machen? Dann fällt Ihnen das leichter. Dann fällt Ihnen das leichter. Weil der Dax ist ein Mistvieh. Und er läuft immer wieder von Stopp zu Stopp. Das macht er einfach so. Immer wieder. Und wenn Sie das aber ein bisschen erwarten, wenn Sie das auch unterstellen, dann fällt es Ihnen eigentlich dann relativ leicht, ihn zu forecasten. Und so ein bisschen zu prognostizieren. Das fällt dann leichter. Deswegen belasse ich das auch weiter bei. Lass mich da nicht beirren. Und jetzt mache ich aber zu. Wünsche Ihnen viel Erfolg. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschö. Wünsche Ihnen viel Erfolg. Wünsche Ihnen viel Erfolg. Wünsche Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank.